Yo Leute, was geht und willkommen zu den Halbfinalpaarungen. Wie schon beim letzten Video gesagt, es ist ein fester Turnierbaum, das heißt Team JBB muss jetzt gegen D.U. antreten und Team C.B.C.S.I.B.A. muss jetzt gegen Stormy1. Und jetzt eine wichtige Info, ihr seid verpflichtet den Beat-Link mitzusenden, damit ich den in die Beschreibung packen kann, damit ihr auch direkt mit den Rückrunden anfangen könnt. Es ist keine Pflicht den Beat vom Gegner für die Rückrunde zu nehmen, aber es bestimmt mehr oder weniger den Extrapunkt. Und ich sage jetzt direkt beide Fristen, also ihr könnt wirklich direkt anfangen eure Rückrunde zu schreiben. Die erste Frist ist der 31.10. und Frist für die Rückrunde ist der 22.11. Das ist auf jeden Fall genug Zeit und ich akzeptiere keine Fristverlängerung eigentlich bei so einer langen Frist. Natürlich kann immer irgendwas krasses dazwischen kommen, du hast beide Beine gebrochen, dein Stimmband wurde verärzt oder sonst was, dann könnt ihr mich natürlich trotzdem anschreiben und fragen, aber im Normalfall sollte die Zeit jetzt wirklich reichen. Die Runden wie gewohnt an die Mail, das wisst ihr ja mittlerweile und ich würde sagen, ich freue mich extrem auf das Halbfinale und das zu bewerten und bis dahin haut rein.